Yo meine Freunde, was geht ab? Kurzes, kleines Disclaimer-Video. Heute am Abend, keine Ahnung wann das Video online kommt, auf jeden Fall Leute, ist es los und zwar die Pump ist zurück. Ich habe heute im Video sogar erst gesagt, yo yo yo, die wird erst kommen mit dem Sommer-Update, so war es geplant. Heute, beziehungsweise jetzt, gab es einen sogenannten Hotfix. Fortnite hat den Boomerang entfernt. Der Boomerang, kennt ihr natürlich, wurde von 60 Schaden jetzt im letzten Update auf 70 hochgemacht, also wurde erstmal angepasst. Aber momentan, beziehungsweise heute, jetzt gerade, hat er einen Bug. Dementsprechend Glitches und so weiter und so fort, ihr wisst Bescheid. Ähm, und die Waffe funktioniert nicht richtig. Fortnite hat sich dazu entschlossen, die Waffe jetzt zu entfernen, haben sie gemacht. Dafür haben wir jetzt auch eine andere Waffe im Game und zwar die Spaß, Leute. Ganz genau, die Shotgun ist drin. Wie gesagt, die macht nicht mehr so viel Damage wie damals, schießt jetzt ein bisschen weiter und genauer, ähm, wurde ein bisschen angepasst. Ich würde sagen, wir gucken sie uns jetzt in der Runde an. Aber Leute, ihr müsst wissen, Boomerang raus, Spaß rein und wir werden sie jetzt ausprobieren. Hier, Leute, gerade schon in der Starterlobby. Ihr seht's hier unten rechts, Leute. Und ja, jetzt werden wir gleich in die Runde gehen und die mal ein bisschen testen. So krass aber, wie plötzlich das kommt, Leute. Ich hab vor 10 Minuten noch mit Boomerang gezockt. Jetzt ist er weg, aber dafür die Spaß drin. So, Leute, wir haben hier die Schafzahnschrotflinte. Die heißt nicht mehr Schrotflinte oder Pamka. Nein, Leute, sie heißt Schafzahnschrotflinte. Schafzahnschrotflinte, grün geben wir sie und sie macht einen 103er Damage. Ne, ist ja krass. Die macht in der grünen Variante, und das ist die schlechteste Variante, einen Damage von 103. Die gibt's in grün, in blau, in episch und in gold. In grün macht sie 103 auf den Körper. Ihr müsst wissen, die ist genauer und schießt weiter. Ähm, ihr hört's? Sie hat noch den gleichen Sound und wir werden sie jetzt mal beim nächsten Gegner testen. In blau, by the way, macht sie 108 Damage. Und hier jetzt schon, wie gesagt, diese 103 und dann in Gold, ähm, auch ein bisschen viel. Ich denk so 110, 115 auf den Körper. Was du wissen musst, Leute, beziehungsweise ihr wissen müsst, auf den Kopf macht die Gold eine 160. Also maximal Damage von der neuen, ähm, ja, Schafzahnschrotflinte ist 160. Auch eine kleine Änderung. Ich hab sie jetzt in grün und jetzt hat sie nur vier Schüsse im Inventar anstatt fünf, nur vier. Ähm, ist also so eine kleine Sache, die sie auch angepasst haben. So, Leute, hier ist ein Gegner. Wir werden ihn mal... Oh, nicht getroffen. Okay, okay, ja. Oh, ein 103er. Oh, oh, ihr habt's gesehen. Die knallt schon rein, wenn du mit der triffst. Das ist tatsächlich von, wenn du triffst, echt krass. Ein 103er war das. Auf den Körper, wenn du triffst. Gut. Hier, Leute, auch nochmal. Wir probieren jetzt einfach mal Double Pump. Und natürlich geht Double Pump nicht, aber natürlich mit der neuen Waffe. Und zwar, ähm, diesem explosiven Reptilgewehr. Da kommt morgen auch ein Video dazu, Leute. Da werden wir auch richtig reinhauen, beziehungsweise die Tage kommt ein Video, wie wir Double Pump spielen. So, Leute, ihr habt's ja gerade an einem Gegner gesehen. Ich werd sie jetzt nochmal an einem Bot ausprobieren, weil das soll ja nur ein kleines Infovideo sein. Das ihr wisst, die ist da, wie sie aufgebaut ist. Und es wird natürlich jetzt morgen, beziehungsweise die Tage noch intensivere Videos folgen. Also, am Körper einen 102er und auf den Kopf. Bleibt mal stehen. Okay, ein 56er. Bleibt mal stehen. Die musste stehen bleiben. Und 145. 145 ist der Max Headshot Damage. Leute, das heißt, grün macht einen Headshot Damage von 145. Einen Body Hit von 103. Und die gibt's noch bis Gold. Also, ich bin, ich finde, sie ist gut gebalanced. Keine One Shots mehr. Finde ich gut. Mal gucken, was sie noch bringt morgen. Und allgemein die nächsten Tage intensivere Videos mit den Palm Gans und so weiter. Mit Double Pump. Das war's gewesen. Lasst gerne eine positive Bewertung. Ein Abo da. Das war's gewesen. Haut rein. Euer Schmäle. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.